Kurz gedulden, bis die Spieler auflaufen. Danach kann es endlich losgehen. Ich bin Marco Hagemann und das Spiel wird Hansi Küpper analysieren. Hallo und ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein richtig unterhaltsames Spiel. Das ist die Chance. Weit raus aus dem Gefahrenbereich. Raus auf die Flanke. Den nimmt er direkt. Lecomio, der schlägt ja ein bei den Leberschwan. It's up to you Hansi. Was hältst du von diesem Tor? Formulieren wir es positiv, das haben sie schön herausgespielt. Formulieren wir es negativ, wieso kommt der so frei zum Abschluss? Na bitte, so kann man es schon mal machen. Schön und selten. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht, so darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Hinaus auf die Außenbahn. Er hat den freien Raum auf der Außenbahn gefunden. Er versucht den Ball reinzuspielen. Und er geht über die Linie. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Na also, Traumstart. Jetzt die Frage, können sie so weitermachen? In den Rücken der Abwehr gespielt. Jetzt ist er drin! Was ist denn hier los? Was ist das für ein Fußballspiel? Das ist das perfekte Timing. Er stand nicht hinabseits. So, 2-0 jetzt also. Also, ich lege mich mal fest. Mit diesem Vorsprung im Rücken müssen sie schon eine Menge falsch machen. Schönes Ding. Ein langer Ball über die Abwehr. Halt. Ist das ein langer Ball? Er bringt das Ding. Die Flanke ist keine Gefahr. Ab auf die linke Seite. Eben ja schon ist Hitzgeber. Da stehen sie wirklich stabil. Langer Ball in den freien Raum. Er steckt ihn durch. sauberer Vorstoß. Aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. sauber verteidigt. Er schlägt ihn nach vorne. Ja, das macht er gut. Mit sehr viel Routine. Ganz abgebrüht. Und rüber auf den Flügel. Halt. Halt. Da versucht er, die Abwehr zu überlupfen. Der kommt richtig lang. Das war zu erwarten. Gute Arbeit der gegnerischen Verteidigung. Halt. Das war des Guten zu viel. Wahl ist im Aus. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Der kommt weit nach vorn. Er schlägt ihn rein. Planke kommt nicht durch. Der unparteiische Bitte zur Pause. Mit einem 2 zu 0 gehen sie in die zweiten 45 Minuten. Alles ist wieder bereit. Raus auf den Flügel. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Halt. Halt. Wieder mal richtig gut verteidigt. Lange und hoch auf die Flanke. Da stehen sie wirklich stabil. Richtig weit nach vorn geschaufelt. Sauber verteidigt. Sauber verteidigt. Da treibt er den Ball weit vor. Der ist schön durchgekommen. Ein langer Ball über die Abwehr. Das sieht alles ganz nett aus. Aber nach vorne passiert halt überhaupt nichts. Ob den jemand bekommt? Da ist der Schuss. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Das ist wirklich wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. An der Seitenlinie tut sich was, sehe ich. Sieht so aus, als würde es einen Wechsel geben. Wieder mal richtig gut verteidigt. Da stehen sie wirklich stabil. Sauber verteidigt. Ab in die Spitze. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Langer Pass. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Ein ordentlicher Versuch, absolut. Kaus vor und weg damit. Ab auf die Flanke. Halb. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. Wieder mal richtig gut verteidigt. Halb. Durch die Abwehr. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Stehen sie wirklich stabil. Ja, und vor damit. Richtig weit nach vorn geschaufelt. Halk. Irgendwie haben sie es geschafft, ungeschoren davon zu kommen. Den muss er machen. Sauber verteidigt. Der kommt weit nach vorn. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Einfach mal weggedroschen. Seitenwechsel. Ob den jemand bekommt. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Spielt einen weiten Pass nach vorn. Wieder mal richtig gut verteidigt. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Raus auf den Flügel. Und der Ball ist durch. Und sie schlagen ihn raus. Halk. Er versucht es alleine. Halk. Und da ist der Schlusspfiff. Ein verdienter Erfolg heute.